Einfach alles zu viel. Das tue ich wieder an. Das ist so anstrengend. Das ist echt kein Spaß mehr. Ich hatte noch nie so Schmerzen mehr. Also körperlich geht es mir echt mega scheiße. Hey Leute, ich bin's der Jonas von J.K.Livs. Ich bin gerade dabei, meinen Rucksack zu packen. Ich mache heute bei der 33. Jena Horizontale mit. Das ist eine 100km Langstreckenwandlung. Einmal um Jena drumherum. Jena liegt so ein bisschen um Tal, drumherum sind die Kernberge. Und es geht einmal drumherum. Eigentlich wären wir mehrere Leute gewesen. Der Kevin wäre natürlich auch dabei gewesen. Aber die sind alle aus verschiedenen Gründen abgesprungen. Der Kevin hat mir gestern Bescheid gegeben, dass er sich wieder an seinem Knie verletzt hat. Und halt jetzt leider auch raus ist. Aber ich werde das auf jeden Fall durchziehen. Da sind insgesamt 1000 Teilnehmer. Also ganz allein werde ich natürlich nicht sein. Ich habe jetzt hier so Fruchtmix. Energiegel. 3 Packungen mit Koffein. Koffeinriegel. Frucht. Keine Ahnung. Hirschteigsalbe. Jetzt mache ich ein bisschen an meine Füße und an die Stellen, die halt schnell bunt werden. Ersatzsocken. Bananen. Protonisches Getränk. Kopflampe. Kopfhörer. Messer, falls ich mich gegen wilden Bären verteidigen muss. Natürlich die Krankenkartenkarte. Krankenkartenkarte. Nahrungsergänzungs irgendwas. Dinger. Und natürlich Wasser. Also auch T-Shirts. So los geht's. Das hätte ich jetzt fast ganz vergessen. Ich wollte noch eine Vorher-Nachaufnahme von meinen Füßen machen. Also wie ihr seht. Sieht noch ziemlich gut aus. Sieht ein bisschen gelb aus. Naja. Aber keine Blasen. So ich bin jetzt fast da. Und ich bin langsam echt aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was das Härteste daran sein wird. Weil das um 18 Uhr anfängt und um 24 Stunden die Nacht durchgeht. Oder dass ich nicht trainiert habe. Ich meine, ich bin zwar sehr sportlich, aber wandern. Dann 100 Kilometer. Jetzt auch noch alleine. Na ja, wird schon. Jetzt geht gleich los. Und das war der offizielle Startschuss. Allen! Alles Gute auf der Strecke! Los geht's. So, 10 Meter habe ich. Auch 10.000 Mal. Und ich bin hier. So, das durften jetzt die ersten 500 Meter gewesen sein. Also ich bin noch topfit. Vielleicht geht's dann hoch in die Kärnberg. Ja, macht Spaß. Was wir jetzt so 5 Kilometer haben. Ich gönne mir jetzt den ersten Snack. Ja, war mega süß des Zeugs. Jetzt wird's nun nicht steil hier. Wir sind hier begraben. Sechs Kilometer. Und ich hab kaum noch Wasser. Die erste Verpflegungsstelle kommt in. 17 Kilometer. Ach und in den Knien spüre ich es auf jeden Fall schon ganz gut. Ich hab schon länger Probleme mit dem Knien. Wir müssen jetzt so 10 Kilometer sein. Ein Zehntel geschafft. So, noch ein kurzes Stück. Jetzt kommt zur Abwechslung. Das sind jetzt so 11 Kilometer sein. Ich merke auf jeden Fall, dass meine Probiöse schon richtig am Arsch sind. 16 Kilometer. 17 Kilometer. 18 Kilometer. 21 Kilometer. So, wir müssen jetzt knapp 22 Kilometer sein. Und ich hab mich grad mit den zwei da vorne unterhalten. Die machen die Wanderung regelmäßig. Und die trainieren auch regelmäßig dafür. Unter anderem sind die letzten Samstag noch 50 Kilometer gelaufen. So weit bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen, ein Stück. Endlich. Erstmal drin. Dankeschön. Bisschen noch Fröschen und was ist los? Alles hat gut getan. Weiter geht's. Wollen wir noch ein bisschen probieren. Einstecken. Wir haben ja das Shirt gekämpft. Neue Socken angezogen und Creme aufgetragen. Und viel getrunken. Ich fühle mich viel besser. Und mir ist gerade aufgefallen, ich hab zwei echt fette Blasen an der Karte. Mit den Fersen jeweils. Ich bin jetzt bei Kilometer 24 oder so. Aber wieder ein Wald rein. Hier ist arschdunkel. Aber ich hab eine Lampe dabei. Oh fuck. Dieses Feld. Ich seh nicht mehr wo ich hintrete. Das Problem mit der Lampe gelöst. Ich bin schon wieder so am schwitzen. Wenn wir jetzt mehr Wasser haben können. Der Fall zeigt nach links. Na gut. Okay, super. Dann haben wir 43. Jeder Schritt tut gerade weh. So, ich hab gerade die Pflegestation wieder verlassen. Meine Füße tun echt weh. Ich hab einige fette Blasen. Ich kann mir gerade nicht so gut vorstellen, dass das über das Doppelte nochmal laufen muss. Ich hab mich echt ein bisschen blatt. Weil ich stell mich jetzt einfach mal nicht so an. Hör auf mit keine Pussy zu sein. Und auf den Scheiß weiter. Wir sind jetzt genau bei der Halbzeit. 50 Kilometer. Und jetzt kurz vor halb fünf. Und dann wird's wieder hell. Das ist ja ein Kampf. Oh Mann. Das tue ich wieder an. Es zieht sich so die Striche. Das ist so anstrengend. Ich hab meine Gruppe verloren. Wir wurden mir zu schnell. Das ist echt kein Spaß mehr. Ich hatte noch nie so Schmerzen mehr mehr. Kann man's lesen? Kuhnetz. Hier ist die Verpflegungsstelle. Cool. Aber wo ist die Verpflegungsstation? Ah, geil da vorne. 20, 30 Meter. Dankeschön. Selbst fliegen tut mir. Alles tut mir. Die Pause hat euch gut getan. Jetzt geht's mir ein bisschen besser. Und bis zur nächsten Verpflegungsstelle sind's nur 15 Kilometer. 75 Kilometer. Kevin, das ist für dich. Mit dir wär's tausendmal geiler. Und nicht so ein Kampf, glaube ich. Da würden wir uns gegenseitig motivieren. Ein rechter Fuß macht grad gar nicht Schmerz. Am Ballen tut's weh. Und beide Knöschel. Also körperlich geht's mir echt mega scheiße. Und vom Kopf her geht's mir eigentlich ziemlich gut so. Und ich glaube, es geht auch echt nur darum. Wenn du Bock hast, wenn du's schaffen willst, dann kannst du mal die Füße und die Beine und den Rücken und den ganzen Rest ignorieren und einfach laufen. Aber ich müsste so knappe 80 jetzt haben. Wie viel Uhr haben wir? 9 Uhr. Also 80 Kilometer in 15 Stunden. Hallo, Vel. Guten Morgen. Ich bin grad aufgewandt. Ich bin grad aufgewandt. Okay. Heute Abend. Jetzt. Alter. Also mit meinem langsamen Joggen bin ich nicht schneller als die Leute die Wannen an. Aber von der Belastung her von den Füßen. Das geht nicht aufgewandt. Wie auch. So. Oh, wir sehen das Ziel schon. Ich habe ein gutes Gefühl, das Ziel zu sehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dass wir in die Richtung überhaupt nicht sehen. Aber wir sind halt noch 12 Kilometer durch den Wald durch. Dort stehen. 92. 8 to go. 93. 7 to go. Nur 6 Kilometer. 5 to go. Noch schneller, dann wird sich mir so lange weh. Nur noch 3 Kilometer. Also wenn du das Video jetzt bis hierhin geguckt hast, da ist noch ein Like und ein Abo drin, oder? Mehr Kilometer dürfte es nur noch 1 Kilometer sein. Das ist der Sportplatz. Die letzten 200 Meter. Was soll ich denn, wenn ich jetzt meine Schuhe habe? Jetzt bin ich echt gespannt, wie die aussieht. Oh mein Gott. Oh, guck mal hinten. Schöne mit allen Sonnenkirchen zu. Mach nur noch Kratzen auf die Leute. Was ne Blase. Boah, die ist ja richtig widerlich. Willst du nochmal eine Abschlussrede halten? Wie es insgesamt war? Hm. Das war eine richtig krasse Erfahrung. Was für ein Blase. Richtig Blase. Richtig Blase. Tschüss. Wir sind JKLibbs.